Ich muss diese fünf Lampen anschalten, ohne dass Markus mich entdeckt. Und um ihn das zu erschweren, bin ich ein Schaf, umgeben von ganz vielen anderen Schafen. Ich hab Angst, irgendwas zu machen, ich kann das nicht. Hast du schon eine Ahnung? Nee, der will wie auch. Okay, okay, ich bin ready. Schwieriger, als es aussieht, werde ich dir ehrlich. Worauf achtest du? Ja, keine Ahnung. Junge, ich bin jetzt so viel Action, auch auf die Türme natürlich. Markus? Ey, Mann. Erster Schuss, wie fühlst du dich an? Ja, der ist das falsche Schaf getroffen. Ja, ich... Nein! Hast du schon einen Anhaltspunkt, Markus? Nee, Digga, gar nichts. Keine Ahnung. Ja, ich guck die zwei Türme an, sie sind ja einfach nur Schaf, also ja. Vor allem kannst du auch sonst wo stehen. Die Hebel kann man ja aus fünf Kilometer Entfernung drücken. Guck mal, du könnt... Ja, guck, du könnt sie einfach unter so einem Dings chillen. Ja, ist eigentlich schon vorbei, ne? Let's go!